Du Karin, wenn du dein Leben noch einmal leben kannst, würdest du alles genau gleich machen? Nicht ganz. Ich würde von Anfang an alle meine Uhren bei Take a Break kaufen, weil so habe ich alle Zeit vor der Welt. Also Mama, ich habe gerne mit dir gesprochen. This is it, the apocalypse. Time Breaker, and the time is yours.